GP3-Marktupdate für den 30.09. für DAX, Dow Jones, Nasdaq und Bitcoin. Los geht's! So, alright, fangen wir immer an mit dem DAX, gucken uns an, was der DAX hier macht, beziehungsweise wo der DAX vielleicht hingehen könnte. So, wir sind hier erstmal im Daily, also im Tagesschart. Was sehen wir hier? Wir sehen, wir haben hier einen klaren Aufwärtstrend im Tagesschart. Neues Allzeithoch am Freitag gesehen und der Markt schraubt sich weiter nach oben, also von daher DAX im Tagesschart definitiv long unterwegs. So, gucken wir uns aber den Stundenchart an, wie sieht es im H1 aus? Das ist ja der interessantere, wichtige Chart, zumindest wenn es jetzt um Day Trading, Intraday Trading geht. Und wir sehen, wir sind hier auf hohem Niveau, wir sind heute auch schon beim ATH, kurz vorm ATH gescheitert, bewegen uns aber natürlich auf hohem Niveau in der Nähe des Allzeithochs. Möglicher Support hier unten bei der 19.400, 19.350, so und bewegen uns jetzt hier in so einer Seitwärtsphase. Hier oben gibt es natürlich keine wirklichen Widerstände, weil da war der Kurs, da war der Markt noch nicht, von daher kann man da auch keine Widerstände so wirklich ableiten, beziehungsweise hier GP3 kann keine Widerstände errechnen, gucken wir uns den M15 an, vielleicht sehen wir irgendwas im M15, also im 15 Minuten Chart. Da sieht man, okay, weil der Markt jetzt hier mehrfach dran gescheitert ist, hat sich jetzt hier so ein Widerstand ausgebildet, am ATH, am Allzeithoch, so, mögliches Support, den wir auch schon im Stundenchart gesehen haben, 19.400, 19.350, so, mögliches Szenario, wir sind jetzt hier in einem kleinen Abwärtstrend im M15, aber der Markt ist wie gesagt long unterwegs, mögliches Szenario, wir laufen hier nochmal auf die 19.400 auf und dann schraubt sich der Markt wieder nach oben. Also, momentan der Markt seitwärts zwischen diesen zwei Polen, Support unten bei der 19.400, 19.500, oben der Widerstand beim Allzeithoch, sollte der Markt, sollte der Kurs hier durchbrechen, durch diese Supportzone, haben wir die nächste Supportzone hier unten bei 19.260 bis 19.230. So, also, Markt seitwärts im DAX, oder der DAX ist seitwärts mit leichter Tendenz nach oben, für mich für heute. So, gucken wir uns den Dow Jones an, so, was sehen wir im Dow Jones, sehen wir was im Dow Jones. So, der Dow Jones ist ein bisschen schwierig, finde ich momentan, ganz einfach deshalb, weil wir uns auf sehr hohem Niveau hier in so einer Range befinden. Man sieht hier im Tagesschart, Trend definitiv aufwärts, aber wir bewegen uns jetzt seit, ja, Tagen, seit einer Woche hier in so einer kleinen Range hin und her. Man sieht es auch, Freitag haben wir ein neues Allzeithoch gemacht, haben versucht aus dieser Range hier auszubrechen, hat aber nicht wirklich funktioniert, haben wieder in dieser Range geschlossen und das macht gerade den Handel so ein bisschen, für mich zumindest, ein bisschen schwierig. Klar, wenn man jetzt irgendwie Range Trading betreibt, kann man gut mitnehmen, aber ich habe es ja an diversen Stellen schon öfters erwähnt, dass ich jetzt nicht unbedingt so der Range Trader bin, von daher für mich so ein bisschen schwierig, der Markt jetzt gerade, der Dow Jones, weil er halt, ja, sehr viel hin und her läuft und nicht unbedingt jetzt mal so eine längere Strecke am Stück macht. Wir sind jetzt hier im Stundenschart, da sieht man auch ganz einfach, weil der Markt jetzt hier schon wirklich lange hin und her pendelt, in dieser Seitwärtsbewegung, dass wir hier so relativ viele Supports und Widerstände so überlappend haben, dass man gar nicht mehr so richtig sehen kann, okay, was ist denn jetzt wirklich ein Support, was ist jetzt hier ein alter Support, ein neuer Support, weil sich einfach so diverse Supports jetzt hier mittlerweile ausgebildet haben. Ja, also seitwärts der Markt für mich, der Dow Jones momentan, natürlich sind wir auch hier long unterwegs, aber ich würde gerne mal einen wirklichen Ausbruch auf der einen oder anderen Seite sehen, ansonsten weiterhin Range zwischen 42.000 hier auf der Unterseite und 42.400 bis max 42.600 auf der Unterseite. Wie gesagt, kann man natürlich versuchen, einen Range mitzunehmen, indem man sagt, hier oben geht man short, hier unten geht man long, aber wie es oft so ist, in dem Moment, wo man das dann selber versucht zu handeln, zu traden, dann geht es in der Regel in eine Richtung und man steht da und denkt so, ja, verdammt, jetzt ist die Range zu Ende. Können wir uns den M15 nochmal angucken, vielleicht sehen wir im M15 noch irgendwas. Da sehen wir, dass wir jetzt hier in dieser Supportzone bei der 42.260 stehen, nachdem dieser Ausbruchsversuch ja am Freitag nicht funktioniert hat und wir quasi wieder das Ganze, den ganzen Anstieg abverkauft haben. Auf der Unterseite noch Support bei der 42.200, 42.000, das ist auch das, was wir schon im Stundenchart gesehen haben. Ja, also von daher auch der M15 gibt es nicht wirklich Aufschluss, also seitwärts bis long, der Dow Jones für mich für heute. So, gehen wir rüber in den Nasdaq. Gucken wir uns auch hier erstmal den Tageschart an. Wir haben ja eine neue Woche. Wie schaut es im Tageschart aus? So, wir haben hier diesen Bereich, diesen Widerstandsbereich verlassen, beziehungsweise es war der Versuch, diesen zu verlassen. Auch dieser hat im ersten Anlauf nicht wirklich funktioniert. Jetzt stehen wir hier auch auf hohem Niveau, aber zumindest über diesen Trendhochs hier drüber und von daher der Nasdaq auch im Tageschart definitiv long. Hier oben Allzeithoch bei der 20.800, ungefähr 20.600. So, das ist so dann das Allzeithoch und gegebenenfalls der nächste Widerstand, der hier im Tageschart lauert. Gucken wir uns den H1, den Stundenchart an. So, ähnliches Bild wie im Dow Jones auch. Ausbruchsversuch hier auf der Oberseite und das Ganze wurde dann auch wieder rückabgewickelt, sodass wir jetzt hier in einem Supportbereich bei der 20.000 stehen. Ehemaliger Widerstand. Dann sind wir einmal durchgebrochen. Man sieht es auch hier auf der linken Seite ist der Kurs halt mehrfach daran gescheitert. Dann sind wir durchgebrochen und jetzt ist der Widerstand entsprechend zum Support geworden. Und da stehen wir jetzt momentan drin. Weiteres Support auf der Unterseite bei der 19.800. Aber auch so, Nasdaq hier zwischen zwei Polen gefangen. 20.400 auf der Oberseite, 19.700 auf der Unterseite und stehen jetzt hier genau in der Mitte in so einer Seitwärtsphase. Von daher auch nicht wirklich leicht zu greifen der Markt. Gucken wir uns den M15 an. Auch hier sieht man auf der Oberseite die 20.000 als Widerstand und auf der Unterseite die 19.900 als Support auf der Unterseite und in so einer Seitwärtsbewegung der Nasdaq. Von daher Prognose für heute für den Nasdaq ganz schwierig finde ich. Von daher abwarten, bis wir entweder hier oben ausbrechen oder hier unten durchfallen. Ansonsten Rangehandel, Seitwärtsphase, Nasdaq. So, zum Schluss ein Blick auf den Bitcoin. Gehen wir hier auch auf den Tagesschart zuerst ein. So, Bitcoin gescheitert hier am Widerstand bei der 66.000, was aber ganz gut und ganz schön zu sehen ist, dass wir auch hier einen Aufwärtstrend haben. Wir haben hier diese Hochs überschritten, auch per Schlusskurs überschritten. Das heißt prinzipiell Bitcoin erstmal im Tagesschart Long. Gucken wir uns den H1 an. Das Ganze mal ein bisschen kleiner hier. So, man sieht es hier oben. Widerstandsbereich bei der 66.000 gescheitert. 66.000 bis 66.300 sind wir gescheitert. Und nächster Support auf der Unterseite ist schon wieder ein Stück entfernt bei der 64.000 oder 63.000 ungefähr. Auch ein Bereich, den man hier kennt. Das heißt, so richtig will sich der Bitcoin auch nicht vorwärts bewegen. Laufen jetzt hier auf diese Trendhochs auf. Man sieht auch der Kurs, der stagniert hier so ein bisschen. Kann gut sein, dass es als Rücksetzer reicht. Und dann wir weiter Richtung 66.000 wieder in diese Widerstandszone zurücklaufen. Ansonsten, wie gesagt, Unterseite der nächsten Support bei der 63.100 bis 62.000 hier auf der Unterseite. Gut, das war das Marktupdate für heute. Montag, den 30.09. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Marktupdate. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.